Es ist an der Zeit, die Kultur traditioneller chinesischer Kalligrafie und Malerei wieder zu beleben. Das sagen Mitglieder der chinesischen Gemeinde in Jakarta, Indonesien. Während der dunklen Jahre unter dem Regime von Diktator Soharto wurde diese Kultur unterdrückt und findet erst heute wieder mehr und mehr Anklang unter den Indonesien. Die Gesellschaft für chinesische Kalligrafie und Malerei eröffnet diesen Monat eine Ausstellung in einem der größten Einkaufszentren von Jakarta. Die Ausstellung umfasst 330 Meisterwerke. Davon sind 137 Kalligrafien, 93 Wassermalereien und 100 Ölgemälde. Alle diese künstlerischen Werke wurden von vier Lehrern in der Gesellschaft zusammen mit ihren 22 Studenten erschaffen. Während der Ausstellung können die Besucher von den Künstlern lernen, wie man Kalligrafien schreibt. Die Ausstellung soll helfen, das Selbstvertrauen der Indonesier mit chinesischer Herkunft zu beleben. Der Grund, warum wir dies veranstalten, ist, um das Selbstvertrauen in unsere Mitglieder zu stärken. Und so sind keine Berufsmaler oder andere Kalligrafiegruppen heute hier. Jeder Teilnehmer ist ein Mitglied. Ich hoffe, dass diese Ausstellung ihnen mehr Selbstvertrauen in ihren Herzen gibt und sie in Zukunft vorankommen können und sich so die chinesische Kalligrafie und Malerei ganzheitlich entwickeln. Indonesien ist das Land mit den meisten chinesischen Nachfahren außerhalb Chinas. Sie bilden ungefähr drei Prozent seiner Bevölkerung. NTD News Jakarta, Indonesien